Gerüchte besagen, Jürgen Klopp habe bereits vor zwei Jahren entschieden, zu Red Bull zu wechseln. RB-Boss Oliver Minzlaff wies diese Spekulationen entschieden zurück. Laut dem Münchner Merkur, TZ, soll Klopp beim Treffen mit dem verstorbenen Red Bull-Gründer Dietrich Marteschitz, 78, in Salzburg überzeugt worden sein, zu Red Bull zu kommen, während er Trainer des FC Liverpool war. Minzlaff betonte, dass Klopps Entscheidung, 2022 bei Liverpool zu bleiben, korrekt sei. Das Treffen diente lediglich dem Kennenlernen. Minzlaff, der nach Marteschitz Tod Geschäftsführer wurde, erwartet von Klopps zukünftiger Rolle, die Lücke zu den Top-Teams zu verringern, und sieht in Klopp eine inspirierende Persönlichkeit. Er stellte klar, dass es keine Ausstiegsklausel für Klopp gibt, wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit. Ab dem 1. Januar 2025 wird Klopp als Head of Global Soccer tätig sein und hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Bundestrainer Julian Nagelsmann reagierte auf die Gerüchte über eine mögliche Klausel in seinem Vertrag und plant, Minzlaff zu befragen, bevor er dazu Stellung nimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017